einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play auf diesem kanal mit sims 3 mit familie dracula und ja hier haben wir einmal die sonja hier ist einmal der tony und da hinten ist dann einmal der wladimir so ich drücke dann auf play und dann ja übel hängt geht aber du kannst dann gleich mal die zeitung lesen ich glaube suchen ich hatte gerade schon mal eine aufnahme gemacht aber die aufnahme das war keine aufnahme das waren bilder pro sekunde auf deutsch gesagt die alte steht auch nur so blöd darum ja das sind hier unsere vampire und da tony steht hier draußen rum und tut rein gar nichts was machst du möchtest spielen glaube ich ja immer einmal zurück verbrecher karriere ja bitte steckt ihr das jetzt nicht in die tasche und er steckt es grundsätzlich in die tasche ja geld muss ja arbeiten gehen okay unser lieber toni muss mal aufs tüpfchen auf die toilette könnte das benutzen dann kannst du ein böses bad nehmen äh da gehen wir auch eben zack du kannst das dann hier mal fortfahren warum lacht der denn so komisch so mach das mal du meine liebe ähm brauchst spaß ich glaube du guckst gerade fernsehen so wie es aussieht ja du guckst fernsehen und ja ich entschuldige mich noch mal dafür dass gestrige folge so lang ging heute kommt noch mal einmal sims 4 100 baby challenge heute kommen zwei online du bist duschen du kannst eigentlich mal aufs toilettchen gehen danach kannst du hier einmal schlafen gehen böse träumen wie weit bist du eigentlich gerade da mein freund wäre nett wenn du ein bisschen schneller machen würdest ähm in drei tagen ist vollmund das ist super was möchtest du denn machen du möchtest spielen kannst du gerne machen ich warte nur bis dein alter herr da mal fertig gemalt hat ja ich würde mal sagen dass mit dem malen wird heute nichts mehr das ist böse dusche und danach kannst du auch schlafen äh böse träumen und du ähm ich kann es dann auch halt mal weg gehen ach so ist nur die klopapierrolle ok ja ähm gut also ich habe die zimmer so eingerichtet so eingerichtet dass er bekommt ja noch zwei geschwisterchen das werden wir auch noch machen aber nicht in mehr folge sondern vielleicht in der nächsten ja äh komm geh schlafen gut braver dran sooo So, also es werden jetzt öfters ein paar mehr Let's Plays Gämen, nicht nur dreimal die Woche. Montag ganz normal Sims, der ist ja jetzt schon wieder wach. Ich glaub du, ne? Ja, du bist wach. Also es wird pro Tag ganz normal 100 Baby-Challenge. Ja, Eismann, warum störst du hier gerade? Oder auch nicht? Ja, okay. Dienstag werden dann halt zwei Folgen kommen, Sims 4 und Sims 3. Mittwoch kommt nichts. Donnerstag kommen nochmal zwei und am Freitag kommt dann noch eine. Welche Folge das wird, weiß ich noch nicht. Außerdem bräuchte ich noch eure Namensvorschläge für die 100 Baby-Challenge. Und, ja, junge Mädchen, weil es ist ja bald bald. Und, achso, wir haben erst 18 Uhr. Okay. Ich habe nichts gesagt. Du hast Durst. Warum geht ihr denn immer da raus? Habe ich nur noch nicht als Eingang festgelegt. Als Eingangstür festlegen. So. Kannst du bitte auch etwas... Orangensaft. Kannst du jetzt auch mal aufstehen. Hm, du kannst... Ich stelle mal Zeit. Ohne Marmelade. Du... Vampirische Sonnenschutz. Es gibt ein bestimmtes Elixier, das dein Sinn nicht aus dem Kopf gehen will. Dein Sinn wird nie zufrieden sein, bis er es hat. Ja. Ist mir klar. Fähigkeit Malerei. Ja. Aber nicht heute und nicht jetzt. Kannst du jetzt auch mal aufstehen. Ich habe mich auch gerade zuwarten. Ja, ähm... Gut. Ähm... Ich gehe schon mal vor. Und hier sind auch Menschen. Gusshart. Läuft. Ähm... Ja. Wo ist... Wo seid ihr? Kommt ihr? Ich hoffe ihr kommt jetzt. Sonst... Machen wir ihn ein bisschen schneller, ja? So. Wo seid ihr? Mhm. Ach, da seid ihr. Okay. Dann kannst du dich... Hm. Wo bist du denn? Was machst du da hinten? Oh! Oh, Marcia! Oh, Marcia! Oh, Marcia! Äh... Ja. Geh denn da mal... Grundstück mit der Gruppe besuchen. Äh... Solange jetzt kein Ladeball kommt, ist es... Ja, okay. Äh... Ein bisschen schneller, bitte Danke. Du solltest hier eigentlich mal... Ja. 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 Unterschiede... Wie bist du denn da? Come out... Wo ist denn das? Hallo, bleibst du bitte stehen, danke. Noten. Spezial... Ähm. Ampia, Hypno-Blick, mach das mal bitte, danke. Mardun, so. Hier einmal kennenlernen, was machst du da hinten? Am Gitarrenunterricht teilen, 400, nein, so viel Geld haben wir nicht. Ähm, was machst du? Ah, 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 ah. Well, Nevoeby, ismiedegorg, ytagag. Ha, ah, 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 ah. Gigao, Varso, Wacky, Flambo, Burknaso, Hixafibna, Saj, Katem, Hwezi, Toe, Cloth, Adav, Bubsy Gibble, Floth. Zub-Jahani-Moth. Flestazun-Zasim-Zabu. Uh, uh, Kulornia, Enzo, uh, Plagi. Erzanagi-Fluu. Hag-Bunadatak. Zabun-Fluu. Quizzle-Barb. Zorbu. Shagaza-Tawasi. Zabu-Tawasi-Napala. Dag-Zuna. Habba-Zalachu. Jajip-Snow-Babuzi. Chag-Bab-Napala. Gava, Bephi. Na du? Schau lesen. Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch. Zik-Piboh. Ah, MAP-I-TAH! Dag-Hast-O-Schu-G-E-Dah-Hunger? G-E-S-Cali-E-Nzo-Wodos. Das ist geil. Ohnmächtig werden. Schau, du wolltest gerade ein Foto machen. Na ja, das ist ein Foto. Sieht so füksch aus. Aber nicht so hübsch wie meine Penny Jones. So, irgendwas machst. Du bist zuhause. Was möchtest du? Über die Freunden von Plasma reden. Ja, mach das. Wer ist das denn? Arsch begrüßen. Freundlich begrüßen. Ach, du doch nicht. Du. Kannst du eigentlich mit dir was machen? Ja, gerne. So. Ich gehe mal zu ihm. Du bist schlafen. Weil mir ist ein böser Sinn und freut sich. Die besch... Ja, okay. Von mir aus. Mach immer diese Nachrichten immer, ne? So. Deine Bedürfnisse sind noch okay. Deine auch. Du schläfst so schön. Eigentlich brauchst du gar nicht. Ich habe einfach eine Idee, weil du ja böse bist. Jetzt... Gehen wir mal eben hier... Wo war's denn? Wo war's denn? Wo war's denn? Einfach zu klopfen. Vereine dich mal bitte. Dann ist die Folge gleich vorbei. Und wir wollen ja mal etwas stehlen. Ja, hallo. Wir sind's. Wir möchten hier eine Beine einbrechen und klauen. Dürfen wir das? Bitte? Danke. Gucken wir mal hier mal an. Oder... Na, auf Platz hier ist da nicht anzufangen. Hier seid ihr noch was. Und... Was machst du? Kommt. Mips an. Äh, ja. So. Ist das denn da? Ein Auto. So, können wir das klauen? Nein, das können wir nicht klauen. Ah, ein bisschen zu schnell. Gehen wir nach oben. Gucken wir, was wir hier haben. Kuschelbär nehmen. Das möchte ich jetzt sehen. Wir sind nicht mehr. Stimmt. Hm. Haben Sie nichts klauen? Da etwas gehen lassen. Das möchte ich gerne sehen. Schneller. Schneller. Das wollen wir jetzt aber nicht, ne? Nein. Hast du noch etwas mitgehen lassen? Fernsehen. So. Wo bist du denn schon wieder? So. Trachten. Nein. Hm. Zwei Minuten haben wir noch. Komm, kannst du die Hände anstecken? Ja, du bist. Ich bin mal ein paar. Oh. Oh, das ist ja. Oh. Oh nein. Musst du gerade aufstehen? Oh nein. Hinausgehen, ja. Kannst auch nach Hause gehen. Aber wir haben was mitgehen lassen, meine Freunde. Etwas mitgehen lassen. Ja, wo bist denn du schon wieder? Ach, da bist du. Ach, ist doch schon wieder so spät, wa? Hast du das hier nicht? So. So. So, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie schon gesagt, heute kommt noch eine Folge Sims 4 100 Baby Challenge online. Und ja, deswegen würde ich mal sagen... Deswegen würde ich sagen, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo. und ja, würde ich sagen, wir sehen uns bis dahin. Euer Flo. Ciao, ciao. So. Weischt.